Musik Yo, und zurück sind wir wieder Yo, was geht? Dein Controller geht jetzt wieder Stopp Oh, Feuerwehr fest Ja So Die Namen einmal schnell umändern Oh, Mann Hör auf mit den Geräuschen, ey, das ist erriptiert voll Hör auf Hör auf Das hört sich eher an wie ein Frosch mit einem Sch*** im Hintern Dann kann man das Bild Hör auf Hör auf Hör auf Nein, du hast die aufgeladen Hör auf Hör auf Hör auf Wenn ich das schaffe Und der Dominik schafft, weißt du ja, ne Geht's weiter Du gehst nicht mehr mit in den Level Du darfst doch gar nicht mehr eingreifen hier Du darfst doch gar nicht mehr eingreifen hier Oh nein, die Wand Hast ne Wand geknutscht Hör auf Hör auf Hey, manche Bände sind echt Pfff Sorry Einzige der eingreifen darf und runterschubsen darf ist doch Nicht mehr Ich hoffe das Hör auf Ups Das war Aus Versehen Oh Ja, das Ohohohoho Nein Ey, du Huhn Ich helse Wer greift Patrick zu seinem harten Gerät? Hilfe Ich helfe Denk ja dran, wenn du stirbst, ne Ach ne Du wieder uns nach und dann weißt du ja, ne Hilf mir Junge, bitte, ich hau auf Ich Ich Junge Hör auf Ey, Junge, hör auf Mann Viel verlassen Halt's Maul Mann Du Greifst du jetzt dann wieder auf oder Musse ich nochmal raus packen Kommh, ich mach mal rein Er holst dann wieder sein hartes Gerät Ja Ey Viel Spaß Ich mach mal Doch Doch Ach komm, das schaffst du Das schaffst du Junge, willst du dich verarschen? Arschen? Das kommt davon. Das Grafen muss sein. Dominik, siehst du das genauso wie ich? Nein, sicher nicht. Ja, unten kenne ich mich nicht so gut aus. Junge, wo lang? Erst mal, dass du das hier geschafft hast. Du schaffst es aber nicht, du Lappen. Jetzt mal. Ich hab's wenigstens gut. Ja, und wieso bist du unten? Warum? Weil mich so ein, wie du hier, tot ist. Wollan? Weil so ein Kartoffelknödel dich gefiltert hat? Fangen die frisch, ja, der passt. Ja, kannst du. Ja. Aber wollan hier ist? Ja, bis zum Sattgessen. Ja, da fragst du ihn richtig. Du musst mich kurz hier um. Mann, sag doch jetzt. Ja, lass uns eben die Hände machen. Ey, du schaffst es nicht. Gib her, ich mach. Nein. Ja, siehst du? Ja, dann hör auf mich, schon unter Druck zu sitzen, dann dauert es zu länger. Junge, dann mach doch jetzt. Ja, ey, geradeaus. Vier. Weiter. Noch ein weiter. Dann zurück. Links. Er rett's mich. Links. Nee, zurück. Ey, bis. Er rett's. Kling, rett's. Ah. Ey, stopp. Warn. Stopp. Was? Wer macht denn meins? Macht keiner meins? Richtig. Da, müsst ihr auch wieder von vorne anfangen? Ich bin Petzgeräck. Nein. Aber nicht. Bist du nicht. Bist du nicht. mein Gott, Marlon Wieso brauchst du überhaupt meine Hilfe noch? Du musst den Weg doch ganz alleine Halt die Backe Du Geh mal um mein Bierschen Geh 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 Hm, geht lausanisch. Das sind ja auch Wärmsprünge, sag mal und das geht noch viel schlimmer. HDF! Das sind ja die einfachsten Sprünge, die es. Kann ich jetzt mal die Tür öffnen, Mann? Immer wenn du was sagst, wem ein Figur nicht springt. Also einfach mal den Grenz! HDF! Komm Dominic! Nein, darf er auch nicht. Dominic, komm! Da geradeaus, da geradeaus, da wo ich bin. Jetzt links! Nein! Ich darf den eh nicht benutzen. Jetzt rechts! Das ist gegen die Spielregeln, steht unten. Ja, jetzt... Hä? Scheiße, jetzt bitte! Ja, trotzdem muss er mit viel schwimmen. Dann darf er nicht! Das ist doch ein Scheißjäger! Dominic, darfst du nicht! Hey! Das Recht, eigentlich müsste er das machen. Schaffst du? Nein! Guck mal, wie einfach das ist! Aber jetzt kommt wieder dieser Scheiß! Was ist Dominic? Nein! Ey! Mach zu! Mach auf! Erst wenn Dominic das geschafft hat! Ey Junge, ich hab's aber geschafft! ADF! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Zu, zu, zu! Das hab's mit einmal einer auch geschafft! Hahaha! Weil sie ihn dann nicht gesehen habt! Ach Junge! Ja! Tschüss nicht! Tschüss! Na! Oh nee! Wieso schafft er gar nicht? Junge! Nein! So drauf! Dominic, hör auf! Ja! Nein! Ja! 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 Ich hab diese Scheiß da hinter mir! Jetzt will ich... Dann hab ich keinen Bock mehr! Dann schnapp die den Patrick! Patrick! Mal-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Ja genau! Dieses... Ja! Ich hab's! Ja! Du weißt schon ob was kommen, ne? Ja! Ja! Jasmin! Ja! Das sind das... Konzentration... Halt die Klappe mal! Meine! Ah! Das sind meine Puppen! Level 4 ist richtig scheiße! Warte, das... Was was ich mach? Level 3, Checkpoint 1! So, Level... Das mit dem Glas... Die... Die Scheiße! Sorry, ne? Aber... Das kacke ich richtig ab! So, und danke! Schau! Bis zum nächsten...